Hallo und herzlich willkommen. Heute zu einem Vorlesungsmitschnitt Thema Stadt, Land, Fluss. Die Frage ist, wie komme ich vom objektorientierten Modell zur objektorientierten Programmierung? Das ist ja für uns die Vorstufe, um in diesem Kurs dahin zu kommen, dass wir die Objekte aus der Datenbank holen und das Ganze machen wir mit einer objektorientierten Programmiersprache. Und dementsprechend müssen wir uns erstmal überlegen, wie sieht es überhaupt aus in der objektorientierten Programmiersprache. Ich habe mal ein ganz einfaches Datenmodell mitgebracht. Also es ist relativ simpel. Wir haben hier Stadt, Land und Fluss. Dann gibt es hier Personen, die können jetzt geboren sein in Städten oder die können wohnen in Städten. Und dann gibt es in den Städten, die Städte liegen in Ländern. Die Länder wiederum haben Hauptstädte, beziehungsweise jedes Land hat eine Hauptstadt. Und dann gibt es hier den Fluss und dann liegen halt eben hier Städte liegen an Flüssen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass es hier so eine Superklasse gibt, also ein Objekttyp, von dem alle erben oder zumindest Stadt, Land und Fluss erben, wo dann entsprechend schon ein Name vorgesehen ist. Dann haben wir hier die Personen, die haben auch so ein paar Attribute. Das gucken wir uns nachher im Detail an. Grundsätzlich funktioniert es so, dass man jetzt hingeht und sagt, okay, also sowas, was hier so ein Objekttyp war, soll ja später in meiner objektorientierten Programmierung wieder als Objekt auftauchen können. Also Instanzen von Personen sind ja Objekte, die leben im Speicher. Und das Ganze müssen wir jetzt so aufbereiten, dass der Compiler uns da Programmcode draus bauen kann. Und das Erste ist, es gibt eben ein Schlüsselwort, das ist in unserem Fall, weil wir C-Sharp benutzen, das Schlüsselwort Class. Und das Schlüsselwort Class sagt, ich möchte gerne so eine Klasse haben, also aus der ich dann später entsprechend Objekte machen kann und die sollen so aussehen. Ja, wie sollen die aussehen? Gibt hier geschweifte Klammern, das kennen wir von den meisten Hochsprachen. Also hier zwischen steht dann, wie das ganze Ding aussehen soll. Dann sehen wir hier, gibt es so ein paar primitive Attribute, also Attribute, deren Typ ein primitiver Typ ist. Das sind jetzt hier Zeichenketten, Vorname und Nachname. Und sehen wir, alles klar, die tauchen hier dann auch auf. Die stehen einfach hier drin, das sind jetzt meine Attribute, String, Vorname, String, Nachname. Dann gibt es, wie wir gesehen haben, hier noch eine Relation. Und was wir eben machen, um das Ganze jetzt für den Compiler in handliche Stücke umzusetzen, wir gehen hin und machen aus diesen Relationen, aus diesem Geborenen In, eine Eigenschaft von der Person. Die Person hat die Eigenschaft, dass sie geboren ist in so einer Stadt. Und da sehen wir hier, das Attribut sieht eben so aus. Es ist vom Typ Stadt, also jetzt kein primitiver Typ, sondern eben ein neuer von uns, selbst erfundener Typ. Den haben wir gerade definiert. Das ist nämlich die Stadt. Und zwar, hier steht es, in genau einer ist man geboren. Gut, dann gibt es noch die Möglichkeit, irgendwo zu wohnen. Und hier steht, es könnten mehrere sein. Und das heißt, wir müssen uns jetzt hier noch was überlegen. Für dieses WohntIn brauchen wir mehrere Städte. Ich habe jetzt mal hier es angedeutet mit einem Array. Das werden wir gleich sehen. Das machen wir ein bisschen geschickter. Wir nehmen eine Liste. Aber grundsätzlich ist ja immer die Frage, wenn Geborenen In zur Eigenschaft von Personen wird, dann muss es eine einzelne Stadt sein. Und wenn WohntIn zu einer Eigenschaft einer Person wird, dann muss es eben mehrere Städte sein. Das Ganze wird dann noch abgerundet mit der Möglichkeit, das heißt ja objektorientierte Programmierung, hier unten noch diese Verhaltensweisen, von den Objekten zu deklarieren und entsprechend die dann auch zu implementieren. Und wir sehen das jetzt hier an dem Beispiel. Also ich habe jetzt mal dieses GetDescription implementiert. Und es gibt jetzt zurück, was weiß ich, den Vornamen plus den Nachnamen plus eben so Klammer aufgeboren, in Punkt Name, Klammer zu. Was wir hier sehen ist, wir sind ja jetzt, wenn wir dieses GetDescription schreiben, gedacht innerhalb dieser Klasse Person. Nicht nur gedacht, sondern wir stehen da. Und das heißt, wir sind gedacht innerhalb eines Objektes vom Typ Person. Ja, und innerhalb eines Objektes vom Typ Person ist auch klar, was sich hinter Vorname verbirgt, nämlich genau dieses Attribut. Hinter Nachname verbirgt sich dieses Attribut. Und hinter GeborenIn verbirgt sich dieses Attribut. Und hier sehen wir jetzt das allererste Mal diesen Punktoperator. Der ist nämlich jetzt dafür da, um auf die Einzelteile von GeborenIn zuzugreifen. Und die hat offensichtlich einen Namen. Das haben wir eben im Datenmodell gesehen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier den Namen der Stadt, in der eine Person geboren ist, zugreifen möchte, dann nehme ich mir einfach diese Eigenschaft GeborenIn. Greif da drauf zu mit einem Punktoperator und hummel daraus den Namen. So funktioniert das grundsätzlich. Wir gucken uns das gleich mal an, wie das im Visual Studio funktioniert. Dazu haben wir uns ein paar Instanzen überlegt. Also es gibt hier so ein paar Menschen. Otto, Erwin, Jan, Klaas und so weiter. Die sind geboren in irgendwelchen Städten. Sie sehen hier, da gibt es so eine Relation. GeborenIn, das ist immer so eine Stadt. Die können in irgendwelchen Städten wohnen. Also hier Otto wohnt in Essen, Pitt wohnt in Frankfurt und in Mühlheim und so weiter. Die Städte liegen jetzt hier alle in unserem Fall in dem Beispiel in Deutschland. Die können aber auch hier, das sehen wir da, die liegen eben auch an den Flüssen. Und was wir jetzt gleich sehen werden, ist nämlich, wie man damit umgeht, dass man zum Beispiel die Frage beantworten möchte, wo wohnt Otto? Und zwar nicht in welcher Stadt, sondern in welchem Land. Wir haben eben gesehen, es gibt diesen Punktoperator. Das sehen wir dann auch gleich, wie man den kaskadiert. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt wissen möchte, in welchem Land der Otto wohnt, dann würde ja hier irgendwie so virtuell eine Verbindung bestehen zwischen Deutschland und dem Otto. Die wollen wir aber gar nicht explizit als Relation aufbauen in unserem Modell, sondern in der Praxis würden wir hingehen und sagen, okay, also Otto wohnt in Essen und Essen liegt in Deutschland. Dann haben wir diese Information da, aber eben nicht explizit, sondern implizit. Und das ist das, was wir brauchen. Denn wenn es diese Relation explizit geben würde, dann könnte man einen Datensatz aufbauen, der nicht konsistent ist, also der fehlerhaft ist, der sich sogar selbst widerspricht. Dann könnte man nämlich in Österreich wohnen und in Essen. Und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wenn Otto nur in Essen wohnt, dann wohnt Otto auch nur in Deutschland. Wenn er in Essen und Wien wohnt, klar, dann wohnt er auch in Deutschland und Österreich. Aber ich möchte eben nicht in die Situation kommen, dass ich sage, okay, Otto wohnt nur in Essen und Otto wohnt in Österreich. Dementsprechend bauen wir unser Datenmodell auf und zur Laufzeit würden wir so etwas immer auswerten, indem wir gucken, okay, Otto wohnt in Essen und Essen liegt in Deutschland. Wenn ich jetzt sowas habe, wie komme ich von da zu einem Programm? Also wie beschreibe ich meine Objekte, so dass ein Compiler daraus Programmcode machen kann? Und grundsätzlich ist es ja so, also diese Objekttypen hier, das sind ja im Prinzip so Blaupausen für Objekte, die dann eben zur Laufzeit existieren. und die haben halt verschiedene Eigenschaften. Die kommen hier in dieses mittlere Ding, das sind die Attribute. Und dann kann man hier noch Sachen dran programmieren, also quasi Verhaltensweisen. Und das gucken wir uns dann gegen Ende an. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir diese Struktur, so wie sie da ist, in C Sharp übertragen bekommen, so dass wir dann im Programmcode von C Sharp die Objekte instanzieren können. Und nach diesem Schnelleinstieg, wie man die Objekttypen nach C Sharp portiert, werden wir uns im nächsten Abschnitt damit beschäftigen, wie man die dann mit Eigenschaften ausstattet, also mit den Properties in C Sharp. Und dann können wir die Blumh Knie. Untertitelung des ZDF, 2020